Der 29. Juni 2021, heute ist es soweit, heute fliegen die Deutschen aus dem Turnier, heute muss sich die Jogi Löw-F endgültig verabschieden, weil der 29. Juni bringt den deutschen Fußballern kein Glück. Da werden Erinnerungen wach an die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Im Endspiel prallten die Argentinier auf die Deutschen im Aztekenstadion, 115.000 Leute, 50 Grad hat es gehabt, die Deutschen und die Argentinier haben mit einem ganz leichten Material gespielt. Das ist wirklich ein Hauch von den Trikotfetzen. Übrigens das Trikot vom Diego Maradona und das Trikot der Deutschen ist vom Uwe Rahn. Und die Argentinier sind 2 zu 0 in Führung gegangen, die Deutschen haben durch Rummenigge und Völler in der Schlussphase ausgeglichen. Das Momentum komplett auf der Seite der damals von Franz Beckenbauer bedreuten Mannschaft, aber ein genialer Pass von Maradona auf den Burujaga in der 24. Minuten. Der Burujaga rennt auf und davon und haut den Ball zum 3 zu 2 für die Argentinier ins Netz. Maradona-Weltmeister, die ganze Fußballwelt hat diesen argentinischen Fußball gefeiert, vor allem Maradona, der eigentlich seine Truppen im Alleingang zum Titel geführt hat. Und die Deutschen sind gescheitert 1996, ach 1986 und die Deutschen werden auch heute scheitern. Das ist meine Prognose. Das ist meine Prognose.